Moin Leute, hier zurück bei Halo und Findet, wieder mit Schnellsuche, mal gucken, oder schnelle Partie, mal gucken, was wir kriegen hier. Gibt ja so einiges, dass man hier an Maps und Spielmodi bekommen kann. Kommt natürlich dann immer auch drauf an, wie das Team so ist. Aktuell, wie gesagt, level ich hier noch den Halden von Reach Pass. Das dauert ein bisschen länger, bis ich den gelevelt habe, aber irgendwann wird der auch fertig sein. Hoffe ich zumindest. So, und dann, ja, wollen wir mal gucken hier, Kampf um die Flagge auch nö. Also mit der Map, 4 gegen 4, Kampf um die Flagge. Ah, mit dem habe ich schon mal gespielt, heute Morgen. Mit dem wurde ich noch nicht. Mit dem auch noch nicht. Mit dem habe ich auch schon gespielt, haha. So, endlich mal gleich das Fahrzeug nehmen und dann rüberballern, mal gucken. Warte mal, ich gehe mal kurz mal hinten hin, mal eben schauen, was ich hier kriegen kann. Moment. Oh, tschüss. Auf geht's. Oh, das ist ein Flieger. Der Flieger muss weg. Der muss definitiv weg. Ja, ich habe eine Flagge schon, sorry. Gepennt. Hey ho, Silver. Hey ho. Cool. Macht nix. 300 Punkte. Ihr Blödis. Aber meine Teammate machen das schon. Ja, wie gesagt, wenn man gute Teammates hat, macht das Spiel natürlich viel mehr Spaß. Oh, jetzt habe ich mich falsch hingesetzt. Na ja. Boah, was war das? Hä? Was war das gerade? Da bin ich auf einmal draufgegangen. Äh. Gegnerischer Flaggenträger entdeckt. Translokator unterwegs. Das wäre so warm noch. Weg, weg. Hier könnte ich mal. Nein. Der Fliegerfuzzi, der muss weg. Der nervt. Der Fliegerfuzzi nervt. Wenn ich gleich wieder rumhäte und so, dann schon mal sorry dafür, aber das bleibt nicht aus. Bei Caption the Flag ist das sowieso nur so eine Sache hier. Jetzt rennt der so ein Irre da rum. Das ist mein schön für mich, aber wäh. Die brauchen Raketenwerfer oder so, um die einen Vogel da runterzuholen. Wir haben unsere Flagge geholt. Gegnerischer Flaggenträger gesichert. Spezialwahl im Vorbereit. Ach doch, Papier. Ach ja, Leute. Das wird noch was hier. Wir schreiten voran. Raus. Wir haben das denn jetzt nicht gekriegt. Geil. Was ist das für ein... Was? Ja, also wie gesagt, das Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich da für Knopf drücken soll, um da das Anstieg zu fliegen und so. Na ja, das war nicht ganz funktionabel gerade, was ich vorhatte. Passiert. Das ist der Vogel-Runterholer hier. Ninja. Ninja. Wieso holt denn keine Affen im Auto? Ne, ne, ne. Boah. Och, komm schon. Macht es. Macht es. Macht es einfach fertig. Okay, doch. Bin ich zufrieden mit dem Ergebnis bis jetzt? Boah. Was ist los? Der schießt hier. Wo ist der? Ach, nee. Lass mich starten. Schneller. Wo sind sie denn jetzt? Da ist einer. Wir haben unsere Flagge geholt. Der gegnerische Träger hat sich entpackt. Wir hängen in Fetzen. Boah, da kommt einer. Schön konzentrieren, Leute. Das ist ja immer, ne. Das ist ja... Boah. Spezialgegenstände unterwegs. Sie haben die Flagge. Los, los, los. Spezialgegenstände auf dem Feld. Die wissen, wo wir sind. Schade. Wollte auch noch nicht verpulen. Hätte ja klappen können. Ja, toll. Hat mir so eine Mühe gegeben hier. Was ist? Nix. Nix. Puste gucken. Einmal noch die blöde Flagge nehmen. Einmal noch zurückbringen. Das wäre so schön. Oh, nein. Lass mich doch rankommen. Oh, Mann, du. Da krieg ich schon Krämpfe hier. Ja, dü, 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 dü. Haben die unsere Flagge? Ja, haben sie. Da unten läuft er lang. Shit, Mann. Noch fünf Minuten. Spartner Boden. Der gegnerische Kräger hat sich enklappen. Dann weiß ich das gerade nö. Eie. Oh, nö. Shit. Ja, Mist. Das war's. Oder auch nicht. Doch. Fuck, Mann. Mmh, mmh, mmh. Sie sind enttäuscht worden. Nein. Nein. Falsche Richtung gelaufen. Fuck, da standen sie alle. Oh, shit, Mann. Ich hatte diesen Haken gehabt, ey. Hätte ich mich schön langziehen können, bis zu unserem Punkt, ey. So ein Dreck mit zur falschen Seite gelaufen. Gegnerische Flagge zurückgebracht. So ein Dreck. Ah. Ich nehme das wieder auf hier. Er ist halt, ich hält ja rum, habe ich gesagt. Ist halt so. Ich schreie auch rum. Das ist halt so. Das kann ich leider nicht ändern. Das ist mein Wesen. Das ist mein Charakter. Das bleibt auch immer so bestehen. Wir haben unsere Flagge gar nicht gut. Gegnerischer Flaggenträger gesichtet. Die wissen, wo wir sind. Gegnerischer Flaggenträger entdeckt. Leute, was macht ihr da? Nimm doch die Flagge auf. What the fuck? Wieso nimmst du nicht die Flagge auf? Was für ein Dreck wieder, ey. Oh, wie ich sowas nicht abkann, Alter. Wie blöd muss man sein? Ganz ehrlich, wie blöd muss man sein? Er steht da, steigt aus, ja. Nimmt die Flagge nicht. Und dann war es das wieder, ey. Ich muss gerade mal richtig durchdrehen. Gerade mal eben wieder hier, ne. Ich muss mal richtig durchdrehen. Lauf hinne. Lauf. 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 Ja, ihr könnt uns mal. Juhu. Läuft doch. Man ist rumgehettet, aber läuft doch. Ah, schön. Gute Sachen erledigt hier. Gute Herausforderungen abgeschlossen. Ja, 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 ja. Da pocht mein Herz. So, da hat er keinen neuen Rang erreicht. Das ist schade. Macht aber nix. Hier nochmal einen Rang erhöht, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Rängen gibt es überhaupt. Also ich habe ja auch schon zigmal eine Rangerhöhung hier und keine Ahnung. So, Abschlüsse 17, Tode 12, Unterstützung erobert eine. Nini habe ich abgeschlossen, ja, ja, ja. Habe auch ein paar Vögel abgeschossen. Haha, Map war Behemoth. Team war gut. Danke nochmal. Das ist aber nicht das Team. Das sind die anderen auch irgendwie. Ja, habe mich auch ganz gut geschlagen, würde ich mal sagen. Bin ich zufrieden. Da guckt ihr auch mal die News an. Immer wieder gucken, was da neu gibt. Wann auch der neue Battle Pass kommt hier. Ja, aktuell muss ich hier den noch leveln. Das dauert aber noch, wie gesagt, bis ich fertig bin. Ja, danke fürs Zusehen. Reingeräumt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Board.